Nein, das ist ein Zombie. Hey, ich habe so keine Übersicht, ich fühle mich gerade mega unbewohnt. Da ist ja eine Null-Orientierung. Also, Orientierung, ich habe keine Ahnung, wo die Gegner sind. Ich bin nicht sicher, ob sie da drin sind oder im Hinteren. Der Schrotschnabel kann in zwei Bereichen drin sein. Weil es ist ja jetzt nicht rot, weisst du, der Boss? Der würde im Vordergebäude sein. Ja, aber sie sind rot. Genau, dein Instinkt. Ah, ich habe ihn gesehen. Wo? Ah, ich habe keinen Sinn. Da oben. Auf dem Dach? Nein, nein, nicht auf dem Dach. Gut teilen. Ah, jetzt habe ich die V-Stinks noch zum Eilen. Nein, jetzt habe ich den Spun geschossen. Im Vordergebäude... Ah, jetzt ist er auf dem Dach! Silencer, pass auf! Jetzt ist er wieder weg. Er hat mich nicht gesehen, das ist gut. Du bist der Sniper, oder? Ja, ja. Ich warte dann aber, dass er... Kannst du ihn mir in den Käfer gehen? Ja, sicher, ja. Warte, komm! Hast du gerade beim Lift gesehen? Ja, ich sehe ihn. Kann er nicht schiessen? Oh, das sind die Zeit, das sind die Zeit, das sind die Zeit. Das sind die Zeit, das sind die Zeit. Einen habe ich weggepustet. Er ist gerade beim Lift, und zwar da. Warte, du den Snipern, du den Snipern. Ja. Hast du etwas auf dem Rühren? Ja, das steht. Ja, das ist noch geil. Da hinten ist er schon. Da ist er aufgestanden, der andere. Da hinten ist er. Gleichzeitig killt. Tauch halt. Pass auf, ey. Pass auf. Nein, nein! Sind wir beide am Leben? Sind wir beide am Leben? Wir auch, zum Glück. Wir müssen die Position wechseln, wir wissen, dass wir drin sind. Ja, ja. Aber jetzt kommen wir gar nicht. Ey, wo erschiesst du? Einer schiesst laut, und der ist mit einem Schaldämpfer. Ja, ein Schaldämpfer. Der hat mich eben killt mit dem Schaldämpfer. Jetzt haben wir ihn wieder aufgeschleutert. Nein! Nein! So eine F*****! Es regt mich gerade auf, ey. Ich hab's nicht geholfen. Er hätte schon lange sollen, ey. Komm zu mir hin. Ich kann nicht, ich kann nicht. Noch mal Granaten. Nein! Ja, die haben eins jetzt fällig. Ja, die haben zu verdammt. Ja, die haben zu verdammt. Schlaf, das sind die Dage auch nicht.